Moin moin liebe Leute, da sind wir wieder zurück bei 4.2. Diesmal ausnahmsweise eine ultra top aktuelle Episode. Nämlich nehme ich dies hier auf, quasi am gleichen Tag wo ihr das seht. Zumindest die erste Folge jetzt natürlich. Und kommt einfach daher, da ich gestern keine Lust mehr hatte aufzunehmen. Diablo 3 Beta gesuchtet und so. Habe ich im Minecraft Adventure, was heute kommt, auch schon erzählt. Und wenn man keine Lust hat zu spielen, sollte man nicht spielen. Auch wenn es dann, es hätte ja auch sein können, dass jetzt mal am Tag nichts kommt. Aber es kommt doch noch was. Ich mache mal die Tür zu, in der ich drinne stehe. Warum auch immer. Und ich höre schon die Ballerei. Da hinten geht also die Post ab. So, was ist das? Industrial. General Purpose. Okay. Soll das mal General Purpose sein? Ich bin General Purpose. Hallöchen. Was ist denn hier los? Kollegen? Obwohl nicht Kollegen eigentlich. Granate. Ich mache mal langsam hier. Komm mal her. Ich krieg mal den Kopf raus. Bäm. Hallöchen. Ich mag euch auch. Ich bräuchte echt mal sowas wie... Obwohl, wie wir es tun für den Anfang. Ich habe echt nicht so viel Leben gerade im Moment. Und ihr werft Granaten genauso geil wie ich. So, ist jetzt endlich Ruhe hier. Finde ich ja nett von euch. Aber eine Weste fände ich jetzt ganz geil, ehrlich gesagt. Ziemlich geil, um genau zu sein. Um ganz genau zu sein, lebensnotwendig. Hallo. Weste. Ja, ein bisschen Leben immerhin, aber... Weste. Ah. Ich habe doch nachgerufen. Hier liegt ein Medipack. Dann können wir das auch noch einschmeißen. Hinweis eingehender Übertragung. Vertraulich. Aktualisierung. ATCU. Section Leader R. Tucker. An alle Einheiten. Wir haben gerade Daten zu den in der Stadt eingesetzten Power-Armor-Systemen der Replika ausgegraben. Diese Dinger könnten ein echtes Problem werden. Alle Technikkoordinaten sollten sich die Unterlagen... Ach, Koordinatoren. ... und sollten sich die Unterlagen mal ansehen und überbrauchbare Gegenmaßnahmen nachdenken. Anhang ATCProductspec.pa.doc Microsoft. Ja, ich bin an den Popschutz gekommen. Microsoft, auch in bösen... ...unternehmungen... ... eigentlich nur in bösen Unternehmungen vertreten. Gut, jetzt bin ich hier oben, ne? Wo muss ich denn genau hin? Hör! Ja, nicht runter und... ... hier wohl lang, ne? Würde Sinn ergeben. Zumindest etwas. Bisschen. Ist hier was? Ich frag mich immer, wo die herkommen. Lauern die da immer in der Ecke und warten? Oh, cool, danke. Ich bin noch nicht mitgegangen. So. Geh weg! Aufs Maul! Da und wieder Puff weg. Ich verstehe nicht, warum einige Puff weg sind und andere auch nicht. Ich geh mal hier hoch. Sollte vielleicht nachladen. Ich bin noch erwischt. Scheiße. Ich gucke mich erst mal hier oben. Ja. Hier liegen ein paar kaputte rum. Das geht eigentlich. Ihr chillt nur, ich weiß. Die hat so eine Shotgun eigentlich auch nicht schlechte Reichweite. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Natürlich musst du jetzt nachladen. Hi! Diese Replika-Soldaten sind da, das weiß ich nicht. Außer was werden die gemacht aus... Pfff! Äh! Was? Wer schießt da? Ja, das ist ein bisschen sinnlos. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, diese Replika-Soldaten werden aus Paniermehl gemacht, wenn die so verpuffen. Ach so, was ist das? Das ist ein Laufband? Oder bei... Ach ja. Schlüssel zerstören. Wo hast du die jetzt hingeworfen, die Granate? Ach, da unten wieder. Geh weg! Diese Hektik. Hi! Hi! Hier waren wir Verwunderte! Wehe, du schießt auf das Fass da. Ich schwör, die ist nicht lustig. Hopp. So, man hatte mir eigentlich gesagt, ich sollte hier eigentlich mal den Feuermodus so auf Halbautomatik stehen. Kann ich ja mal versuchen. Einzelschuss, naja. Nee. Hier könnte ich nichts umstellen. Wäre doch lustig, so drei Schrotkugeln auf einmal durch den Lauf jagen oder so. Fände ich unterhaltsam. So, hallöchen, meine Freunde. Ihr habt da unten anscheinend gerade eine super Party. Nehmen Sie den Hauptversorgungsaufzug zur Oberfläche endlich raus hier. Hey, aua. Aber hier gibt es nur noch die Beste. Ich weiß, da hinten, da... Getroffen! Getroffen! Ach, schluss. Statusbericht! Statusbericht, ich lese jetzt erstmal. Hinweis, die Wartungsabteilung ist über die gelegentlich auftretenden Schwierigkeiten mit den Hydraulikaufzügen informiert. Die zu einer endgültigen Reparatur benötigten Ersatzteile sind bereits bestellt. Leider können wir darauf nicht warten. Wir müssen diese Replikas der Variante 6 sofort herausschaffen. Wenn der Aufzug den Geist aufgibt, muss der Druck per Hand an den Überdruckventilen hergestellt werden. Warum habe ich das Gefühl, dass ich genau das machen muss? Ich komme her. Guck, guck. Oh, oh. Fuck! Ich habe den Puff gemacht. Habe ich dich? Ich glaube doch. Immerhin. So. Dann... Wenn das da liegt, dann kann das eigentlich nur eins heißen. Die Schock kann halt nur aufnehmen, ja. Nämlich, dass gleich wieder irgendwas kommt. Deswegen lasse ich das da erstmal liegen. Genau wie das. Ähm. Was genau ist denn jetzt der Aufzug, das hier, ne? Das ganze Teil hier. Fahrstuhl aktiviert. Und das war klar. Kann ich jetzt hier irgendwas an dem Ventil machen? Ja. Ich sag doch, da passiert nur irgendwas. Boah. Sollte vielleicht lieber hier mit, äh, hier mit. Einmal aufräumen. Allöchen. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Get up! Äh. Ja. Das war ja schon Pro. Hä? Wie geht mir das? So, ähm... Jetzt muss ich hier was drücken, sagst du? Irgendwo. Kann ich das wirklich nur hier so vom... Ich kann es nur vom vorne angehen. So, noch was? Hier muss ja dann irgendwo noch was sein, ne? Da liegen überall Westen. Ich glaube nicht, dass die nur deswegen da lagen. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr so ganz genau, wie es weiterging. weil, wie gesagt, ne, ich hab nur einmal geguckt. Wow, du rennst, ne? Du hast eine Ausdauer... Unglaublich. Das heißt, da werde ich jetzt wohl auch noch drehen müssen. So, speichere Daten. Ach du Kacke. Alter! Sieben, wie die Power-Armor-Einheit sollte man Granaten wechseln. Ähm... ...XR-Shock-Granaten, denke ich mal, sind dafür geeignet. Nee, nee, nee. Wo ist er? Das war ich Crow wieder. Zu lange gewartet. So bin ich. Äh... Das, nein. Wo ich gerade dabei bin, nehme ich Kosmetik-Geb noch mit. Natürlich lädt es mir jetzt keine Ahnung. So, keine Schock-Granaten mehr. Ja, Kacke. Jetzt habe ich wieder welche. Komm schon. Du funkst schon. Ich habe ihn gleich. Hallöchen. Lauf. Lauf, 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 lauf. Ich bin so ein bisschen langsamer. Puh. Schon eher knapp, ne? Okay.